Sieben Jahre. Wo ist die Zeit geblieben? Am 30.01.2016 um 19.30 Uhr durfte ich die Türen meines Studios zur Eröffnungsfeier eröffnen. Etwa ein Jahr zuvor hatte ich die total verrückte Idee, einen ganz besonderen Ort zu schaffen, an dem ich meiner Kreativität freien Lauf geben kann. Ein Ort, an dem sich meine fotografischen Visionen umsetzen lassen. Ein Ort, der technisch alle Möglichkeiten und viel Raum für besondere Aquafotografien bietet. Ein Ort, der trotz seiner Größe eine Atmosphäre hat, in der sich Menschen, gerade unbekleidet, schnell wohlfühlen. Mit bunten Stiften gezeichnet und mit spitzen Bleistift gerechnet, nahmen Ideen konkrete Formen an. Mit Familie, Freunden, Architekten, Bauingenieuren, Handwerkern, Notar, Beamten und Bänkern gesprochen und oft für verrückt erklärt und letztendlich einen Weg gefunden. Es folgten Tage unter Dauerstrom, jeden Tag gab es eine neue Überraschung und viel zu wenig Zeit für Familie und Freunde. Ein riesiges Danke an alle, die auch an meine Vision geglaubt haben und mich so toll unterstützt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.